hey leute willkommen zurück zu max play's kingdom under fire the crusaders in der letzten folge hatten wir die kampagne von gerald von hier ohne eden oder gerald wie sie ihn die ganze zeit genannt haben abgeschlossen und starten heute mit einer neuen kampagne das intro kennen wir alles schon hier die vorgeschichte genau das letzte mal hat mir gerald mensch von hier und hieden gespielt leicht heute spielen mit lucretia von velond eine dunkel elfin schwierigkeit normal also jetzt wird es schon ein bisschen sag ich mal schwieriger für uns und wir lernen jetzt auch mal die anderen fraktionen kennen also dunkel elfen und orcs die haben es auch so getrennte skill trees also hier die ihre nach ihrer aufgabe haben sie es hier genannt ihren job infanterie und so weiter wenn man legt gibt es immer noch so ein prolog den habe ich bis jetzt noch nie groß thematisiert werden wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen ja ja das und lucretia hat auch andere angriffsmuster also muss gleich mal gucken a y y x okay gibt es noch mal so ein fesches intro jetzt halt nur woanders mit der musik und ist es das was ihr sehen wolltet ja auf befehl lord waldemars und er glaubt die geschichte die die liche ihm erzählt haben liche lügen nicht mag sein aber irgendwie können sie sich oder ich meine zwerge die einen drachengrab errichten hier so weit auf dem gebiet der dunklen region das ergibt doch überhaupt keinen sinn ruhe wir gehen nach süden mit dem mini stick links und durch die a taste um anzuhalten habt ihr es ja okay wir kriegen auch noch mal eine art intro und wir haben jetzt fallen die leicht begleiteten dunkel elfen inklusive leicht begleitete anführer wahnsinn wobei dieser detailgrad denn die da auf dem intro screencard hatten wir diesen nippel schützen so gibt es hier nicht aber wir haben mit lucretia die anführerin dann haben wir noch so eine dunkle elfen verbündete und so eine halbvampirin oder vampirin das drachengrab ist hier was mache ich überhaupt hier draußen in dieser sonnenhitze kann man nicht einmal einen klaren gedanken fassen seid nur froh dass ihr halbvampirin nicht in der sonne verbrennt könntet ihr beide vielleicht mal den mund halten verteilt euch ausschwärmen vorwärts da lang sucht den markierten bereich ab lasst uns aufbrechen na dann machen wir ja die ist ja freundlich hier gibt es nur irgendwelche knochen eine burg eine alte wie gesagt eigentlich nur knochen und nix da die zwerge müssen für hitze verrückt geworden sein erbaut vor über 8000 jahren und damit können die liche skelett drachen herbeirufen so ungefähr was ist das für ein geruch menschen wie an die waffen an die waffen verteilt euch das erste mal dass ich echte abgesele ich aber du hast ja gesagt du hättest schon welche gesehen das macht ein bonitzauger ruhe jetzt konzentriert euch das kann sie gar nicht irgendwie die luft schleudern nicht okay ich brauche noch mehr sp ich habe gerade zeug gebraucht jetzt okay ich dachte weniger als die schweine vielleicht aber sie sind grausamer aber nicht zu grausamer aber nicht zu grausamer oh man haben wir zwar eine feier also jetzt gleiches intro cool finde ich äh ihren kampfstil also ne wie das kann sie ausweichen zurück sie macht mit den schwertern hier so hin und her das ist also steuert sich auch noch recht solide gerhard war ja auch so haut drauf typ ganz cool ähm ich weiß dass dann die anderen beiden anführer nicht so geschmeidig sich steuern zum beispiel wie sind sie hierher gekommen hey da geht es zur klippe schaut euch das an oh well kleine intro mission regie als wäre das hier ein film ihr könnt eure truppen mit der in schlachten gesammelten erfahrungen verbessern auf der weltkarte könnt ihr mehr darüber erfahren danke das ist auch noch ein bisschen als intro angelegt weil wir hätten auch damit direkt starten können aber der stützpunkt muss von den bewegungen der menschen erfahren sie kommen immer näher können wir sie aufhalten roman wird wissen was zu tun ist ist das direkt die nächste schlacht ne dunkelhelfen stützpunkt äh ja kommandantin die hier ohne idener was ist mit ihnen eine 3000 mann starke hier ohne idische armee marschiert durch drück lade ihre truppen bestehen aus infanterie bogenschützen kavallerie und katapulten was hier und nedische mistkerle schickt einen botten zur hauptstadt und informiert auch renier in hexter wir werden zurückfallen und versuchen nach are in zu gelangen um sie aufzuhalten lucretia hier ohne iden würde doch kaum auf eigene faust angreifen sonst haben wir niemanden gesehen vielleicht weiß man in der hauptstadt mehr wenn sie durch drück lade ziehen dann sind sie jetzt kurz vor victor also treten wir ihnen in victor entgegen ok wir haben bei drück lade jetzt gekämpft und die nächste mission wäre dann schon victor wo wir dann ja den heroiden dann kämpfen also ne es ist die gleiche zeitlinie sozusagen dass wir jetzt quasi aber direkt mit dem heroiden kreuzzug starten also nicht noch dieses kleine intro vorher sozusagen genau nächste woche gibt es dann den victor weiter war jetzt eher so eine kurze episode aber das haben die ersten missionen halt so an sich ja freut euch dann auf die nächste folge vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao